Herzlich willkommen wieder hier beim Kroni TV Live Talk direkt aus dem Newsroom und heute ein besonders ehrenhafter Gast für uns, der Domfahrer zu St. Stefan Donifarber. Danke fürs Kommen. Grüß Gott. Ja, genau zehn Tage sind es von heute weg noch bis zum Fest der Liebe, bis Weihnachten. Rundherum, wenn man sich umblickt, schaut es allerdings nicht so liebevoll aus. Es gibt aller Orten Kriegsschauplätze, Syrien ganz dramatisch, Aleppo zum Beispiel derzeit, viele Flüchtlinge, speziell auch in Mitteleuropa, in Österreich eine relativ hohe Arbeitslosigkeit. Manche sind verunsichert, wie es weitergeht im nächsten Jahr. Wie zieht denn Donifarber anlässlich Weihnachten 2016 Bilanz zu all dem rundherum? Es geschehen schreckliche Dinge rundherum und auch mitten in unserem Land, wenn man auf persönliche Tragöden schaut von schwerer Krankheit und Unfällen, abgesehen von diesen großen weltpolitischen. Und es geht immer darum, dass jemand ein Hoffnungszeichen, ein Hoffnungswort, eine Hoffnungstat setzt. Und darum geht es uns Christen zu Weihnachten, dass wir gegen all diese Gewalt, so wie damals vor 2000 Jahren, unser Herz öffnen, das Gotteskind nicht nur in der Grippe, im Stall zur Welt kommen lassen, sondern unser Herz öffnen, mein Leben, meine Brieftasche, mein Zeitbudget öffne, ob ich ein Herz habe für die Nächsten, ob ich ein Herz habe für die Not in dieser Welt. Jetzt sagen Sie ja Hoffnungssätzen. Da fällt mir ein, dass zuletzt das Jahr eher populistische Parteien, rechtsgerichtete, weltweit, aber speziell auch in Europa geschafft haben, viele derer, die vielleicht Hilfe suchen, Wutbürger, frustrierte Menschen, die einfach das Gefühl haben, vielleicht zu den Modernisierungsverlierern zu gehören, anzusammeln, werden immer stärker. Wieso schafft es die Kirche nicht, in Zeiten wie diesen, mit diesem Angebot, das es ja eigentlich gibt, all diese Personen zu versammeln? Ich habe ein bisschen das Gefühl, die Kirche überlässt dieses Feld eher populistischen Parteien. Also der Weg des Populismus ist nicht ganz der Weg der Kirche, weil wir müssen sehr wohl anlässlich von Weihnachten klarer erweisen, und im neuen Jahr klarer erweisen, und da geht der Papst Franziskus sehr wohl einen Weg, der von den Massen, von den Millionen verstanden wird, unsere Lebensdienlichkeit aufweisen. Was hast du mehr davon, wenn du glaubst? Was hast du mehr davon, wenn du zu einer gläubigen Gemeinschaft dazugehörst? Was kannst du für dich persönlich profitieren an tieferen, an orientierterem Leben, an erfüllterem Leben? Und da ist die Spiritualität und die geistliche Gemeinschaft, die sozial-karitative Kraft der Kirche sicherlich ein Zeichen, das auch gelesen wird in stilleren Zeiten, aber gerade auch in Zeiten, wo es drunter und drüber geht. Toni Faber kann das natürlich, da gibt es sehr viel Außenwirkung. Papst Franziskus ist für viele wahrscheinlich der Mann des Jahres, auch der letzten zwei, drei Jahre schon. Aber trotzdem hat man den Eindruck, man könnte da vielleicht noch ein bisschen mehr Marketing betreiben, auch wenn das ein Wort im Zusammenhang mit der Kirche ist, das man vielleicht gar nicht so gern hört. Ich höre das gerne und das wird meinerseits vorgeworfen, andererseits aber auch anerkannt, dass ich versuche in verschiedenen Bereichen der Stadt, der Kirche, der Medienwelt, der Wirtschaftswelt, der Kultur aufzuzeigen, uns gibt es, mit uns ist zu rechnen, man braucht sich über uns nicht wundern, sondern man kann darauf setzen, dass hier Menschen in der Gemeinde der Kirche da sind, die wirklich bereit sind zur helfenden Tat. Kommen wir konkret zum Weihnachtsfest heuer, einmal zum materialistischen Teil, den gibt es ja, durchschnittlich 350 Euro sind es, die heuer pro Erwachsenen in Wien für Geschenke ausgegeben wird. Da führen Bücher vor, Elektronik, dann kommen Gutscheine und dann kommt Kleidung. 350 Euro im Durchschnitt, das ist tatsächlich eine beachtliche Zahl. Wird hier möglicherweise mangelnde Zeit kompensiert mit Geld? Ich denke mir schon, dass sich da manche freikaufen, aber andererseits, wer freut sich nicht über ein gut ausgesuchtes, passendes Geschenk, wo man etwas davon brauchen kann, etwas wirklich an Freude, an Dankbarkeit empfinden kann, die eine Beziehung auch auszeichnet. Ich gehöre nicht zu denen, die Geschenke verbieten, wollen zu Weihnachten. Ich freue mich selbst für Geschenke und wenn mir Gott sei Dank was einfällt, was für jemanden anderen Freude stiftet, dann ist es auch gut so. Also meine Nichten und Neffen würden sich beschweren, wenn mir keine Geschenke einfallen und sagen, wir schenken uns nur liebende Gedanken, das haben sie auch gern, das wissen sie, dass ich für sie bete, aber das ein oder andere Kleidungsstück, das für ein Kind, für einen Jugendlichen passt und das ich gut aussuche, das soll auch dabei sein. Okay, das ist sehr interessant, weil es sind eben im Durchschnitt ungefähr acht Geschenke, die pro Erwachsenen in Wien verschenkt werden. Zehn Millionen Geschenke werden in etwa unter den Gerichtsbäumen dieser Stadt liegen, also das ist beachtlich. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dieser, ich sage jetzt einmal, Kaufrausch, den kann man durchaus im Einklang mit der kirchlichen Lehre sehen, das passt. Absolut, ich glaube, ein passendes Geschenk, das notwendig ist, das für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene Freude stiftet, das ist berechtigt, schlecht und sehr leid tun mir die Handelsangestellten, die im Advent und in der Weihnachtszeit auch am 8. Dezember Tag aus Tag einarbeiten müssen und zu kaum mehr was anderen kommen, als diese Bedürfnisse der anderen zu erfüllen. Die sind dann oft sehr abgestoßen von dem, dass sich Menschen nur in den Kaufrausch begeben. Wichtig ist natürlich, sich mit Zeit und mit Herzen jemanden anderen zuzuwenden. Und dazu gehört auch eine gute Idee eines Geschenkes, aber noch viel mehr aufmerksam wahrzunehmen, was braucht der Nächste wirklich. Ich brauche da mein Ohr, mein Herz mehr, meine Zeit, meine Aufmerksamkeit als ein Geschenk. Okay, aber Geschenke sind durchaus opportun, gute Botschaft, zumindest wenn Sie vielleicht schon ein schlechtes Gewissen hatten, möglicherweise zu viel besorgt zu haben. Ja, kommen wir jetzt zum persönlichen Teil des Weihnachtens. Sie haben viel Stress, ich weiß es, man sieht Sie nicht nur überall, Sie haben wirklich einen bummvollen Terminkalender. Wie feiern Sie denn ab dem 24., wenn es dann wirklich das heilige Festi, wie feiert, Toni, Faber, privat und persönlich? Privat und persönlich noch gar nicht am 24., 25. und 26. Das beginnt dann erst ab dem 27., wenn ich mit meinen Geschwistern, mit meiner Mutter Geburtstag feiere, Weihnachten nachfeiere und dann mich persönlich auch zurückziehe zur Skisalesorge und wirklich versuche dort an meinem Skiort, in St. Christopher Madlberg, den Gottesdienst jeden Tag zu feiern, aber sonst auch einfach Freizeit zu genießen, sportlich zu betätigen. Da ist mir meine Skilehrerprüfung in Studententagen sehr zu Hilfe. Dass ich mich da gut bewegen kann und gut erholen kann. Aber am 24. selbst löst ein Gottesdienst den anderen ab und die sogenannte Weihnacht der Einsamen, die Sandlerweihnacht, Menschen, die einsam in Not sind, auf der Straße leben, 200 an der Zahl werden mit mir im Pfarrhaus von St. Stephan feiern. Diese drei Stunden liebe ich ganz besonders. Am Nachmittag mit 300 Kindern, die Kinderkrippenantrag, dann die Mozartwespa und die Mitternachtsmette mit 5000 Leuten im Stephansdom ist natürlich der Riesenhöhepunkt dieser Heiligen Nacht. Und ganz wichtig natürlich hier der 26. Dezember, der Stephanitag für St. Stephan, ja ein großes Eiches. Genau, noch einmal ein großer Festtag mit einem Hochamt, mit einem festlichen Mittagessen, mit den Priestern und dem Kardinalen, mit einer Vespa, mit einem Abendgottesdienst. Und am 26. am Abend um 19.30 Uhr bin ich dann schon eher streichfähig, da kann sich die Frömmigkeit nicht mehr vervielfachen durch weitere Gottesdienste, sondern da ist dann Weihnachten wirklich auch für mich gefeiert. Wirklich toll, wie Sie das alles erzählen. Sie brennen jedes Mal, wenn wir irgendwo Sendungen machen für das, was Sie tun. Das finde ich wirklich ganz begeisternd. Ganz zum Schluss noch, weil Sie das ja auch wirklich so in sich tragen. Hätten Sie vielleicht noch so eine zentrale Botschaft, irgendein Leitmotiv für die Weihnachtstage, die Sie vielleicht unseren Zuseherinnen und Zusehern auch mitgeben können? Ein ganz flapsiger Spruch gefällt mir sehr gut zu Weihnachten. Mach's wie Gott, werde Mensch. Wenn Gott selbst im Gotteskind zu Bethlehem in der Krippe Mensch wird, dann steht es uns auch an, gut an, selbst immer mehr Mensch zu werden. Sich nicht versachlichen zu lassen, sich nicht irgendwo hinwegtreiben zu lassen, sondern in dem Moment, wo ich bin, ob es die vielen Weihnachtsfeiern sind, die ich genieße, jede einzelne, auch wenn sie oft hintereinander sind, ganz einfach Mensch zu sein. Für den anderen da zu sein, ganz hier und im Heute zu sein und nicht jetzt schon daran zu denken, wie schön der Schiefer nachher sein wird oder wie stark und überbeanspruchend manches werden kann. Jetzt ganz da zu sein. Und wenn ich das mit meinen Liebsten zu Hause bin, mit meinen Menschen, die im Gottesdienst kommen, ganz jetzt da zu sein, dann mache ich die Weihnachtsbotschaft, setze ich es in die Wirklichkeit um. Mach's wie Gott, werde Mensch. Toll gesagt. Also im Jetzt und hier und nicht für die Zukunft oder für die Vergangenheit. Und Tony Faber, Ihr Wort in Gottes Ohren, im wahrsten Sinn des Wortes, Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Vielleicht haben Sie was mitgenommen von Tony Fabers sozusagen Lebensmotiven. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei nächster Gelegenheit.